das ganze genau so ist es markus ist der streamer ich bin so der let's player und hier geht es ja weiter zurück mit gta schon leichte problemchen auch heute mit dem server aber wir starten jetzt gleich sofort mit dem zweiten akt von den basis mission okay doch nicht hatte ich auch gar zweimal freeze ich habe nur ein bisschen einmal kurz also wie läuft hat tatsächlich nicht wirklich alles rund also bei mir auch an psn liegen keine ahnung ja jetzt ist der zweite freeze ja keine sorge leute wir starten seit mit dem akt und das war sogar auf stream mein eigener kleiner stand schon gerade gemacht so gehe ich dabei noch mal kurz nach hause da willst du bin ja gerade in der nähe einfach nur so war nach der wohnung gruppe machen penthouse gucken am rad werden kann ich eh noch nicht doch erst in ein paar stunden ja jetzt hat es schon ich hab heute schon aber vorhin vor der aufgabe ach das mein gut so 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 Das ist ein Casino. So, dann warten wir noch mal kurz auf unsere Mädel-Runde. Bist du ja wieder? Auf den Sexappeal der Crew? Ja, sagst du. So. Ja, wie gesagt, die Server laufen heute gerade nicht so wie sie eigentlich sollten. Gefühlt zumindest nicht. Wer will wen vergiften, wegen was zu süß? Ich krieg hier einen Kakao vor meiner Nase gestillt. Bist du doch froh? Ich würde mal gerne. Alter! Hahaha, Kev. Hahaha. Was? Ich hab dein Kakaoen gewahrt, wenn du jetzt zurückkommst. Wer für das? Ist ja nicht so, es wird einem das angezeigt, dass du das Auto zerführt hast. Ich hab gar nichts gemacht. Ich hab gar nichts gemacht, wirklich, ne? Wir sind doch hier alleine auf dem Server, oder? Ja, aber ich habe trotzdem ein Auto nicht zerstört. Wieso wurde mein Auto dann zerstört? Weiß ich nicht. Also ich hab nichts angezeigt bekommen. Herzhaft nicht. Warum auch immer. Genau. Bist du denn auch gestorben? Oder was war dein Auto auch gegangen ist? Nö, ich war im Casino und da wurde mir angezeigt, dann persönliches Fahrzeug wieder zu starten. Okay. Wie gesagt, ich hab nichts eigentlich nichts gemacht. Ich bin hier oben bei den Lost irgendwo unterwegs. Aber das kann ja nur du gewesen sein, weil wir sind alleine. Nein. Was soll ich machen? Soll ich von hier oben irgendwie was runter regnen lassen oder was? Ich bin hier bei den Lost irgendwo in dem komischen Wohlwagenpark oder so. Du kannst das ja meine Aufnahme mal gucken, ich hab nichts gemacht. Dann ist heute wirklich irgendwas verpackt. Weil wirklich mein Auto war grad zerstört. Es war nicht mehr da. Ich baller grad, bist du mich mit der Lost hier durch die Gegend. Ich war mir grad, bist du den Wohlwagenpark leer. Na was? Schießt die auf mich? Nee. Ah, kommt her? Meine Freunde sind die alle da. Boah, süß. Wie weit bist du, Yvonne, Neustach? Ja, ich muss grad wieder... sind ein scheiß nachdem der Nacht, ey. Ich muss efter den Polypod abschließen, ey. ja dann machen wir heute einfach ein bisschen spitzgen in der folge machen wir in der nächsten folge den akt ich werde das jetzt alles lange dauert hier genau wir machen an der nächsten folge den akt den akt mit dir will ich nicht unterstellt mir dinge die ich nie getan habe die ich rein wirklich ich hätte machen können die hypothesen ich habe gar nicht wirklich nichts gemacht mir ist auch immer was angezeigt wird dass ich da was gehört das ist einfach so hochgegangen mehr oder so dass er mir auch angezeigt worden ist ja egal es ist einfach dinge unterstellen und dadurch verweisen können hier gucke in meinen stream ja ja ich gucke dein stream ich gucke gar nicht in dein stream naja aber es ist tatsächlich manchmal so dass angezeigt wird das auto ist zerstört worden und dann steht da irgendein name der da eigentlich gar nichts machen können das ist erst mal vorgekommen nein alles gut ich war bei dir und habe tatsächlich landehrungs wieder angehängt aber kann sein wenn er durchgegangen ist in dem moment ich habe eigentlich nur gewartet dass du rauskaufst du wollte ich ja gespreng ja schon recht ich war eben kurz im casino wieder hochgefahren wieder auch schon wieder einer ja wie viel von euch später kommen ja eigentlich immer das einmal durchs lager oder kommt der nächste hauft von den nachgejoint ja sterbi würde für die nicht viel machen die chronologie beitreten also ja es läuft hat irgendwie alles gerade so ein bisschen jetzt wird irgendwas angezeigt das ist ein geistes stimmte sich das sollte eigentlich normalerweise ja dann wie gesagt habe ich beim server das nicht ein bisschen verspätet ich noch nicht gut ich warte immer noch auf die bundes einladungen so viele die last alle tod dann lad doch mal letzte sie mal ein in die einladungslobby ja kann ja kann ich machen moment ist raus bist du dir absolut sicher dass du von deinen engsten freunden diese einladung annehmen willst oder ist es vielleicht noch ein hacker ja aber ist noch fünfmal diese sicherheitsfrage bist du der wirklich sicher willst du sie jetzt daneben oder doch lieber später naja alles gut passiert wir haben das auch eine weile gehabt und dann ging es doch noch mal doch weiter ja ich mache kurz eben noch mal eine folgende weil sonst wird die folge wahrscheinlich zu lange werden nachdem wie lange die mission geht vielleicht hängt es auch noch dran ich muss mal gucken halt ich muss mal ein bisschen ich kann es halt nur backup grad